Hallo und herzlich willkommen in YoFTheBigGreek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video stelle ich euch das Albin Blackburn Gambit vor. Außerdem habe ich eine Sonderaktion für euch vorbereitet, dafür müsst ihr aber bis zum Ende des Videos dranbleiben. So, gehen wir jetzt rein hier in dieses Albin Blackburn Gambit. Das startet hier mit E4, E5, Springer F3 und jetzt hier D6. Nicht Springer C6 oder Springer F6, sondern D6. Das ist die Philidor-Verteidigung. In der Regel spielt Weiß hier D4 und hier spielen wir mit Schwarz Läufer G4. Das ist objektiv ein fragwürdiger Zug. Der Hauptzug hier ist Springer F6 in der Philidor-Verteidigung. Läufer G4 entwickelt stattdessen den Läufer sehr früh, fesselt hier den Springer. Weiß nimmt den Bauern auf E5 raus. So, und hier spielt man Springer D7. Das ist das Albin Blackburn Gambit. Das geht zurück auf die starken Spieler Adolf Adolf Albin und Joseph Henry Blackburn Ende des 19. Jahrhunderts. Da haben die das, da war das in Mode damals, wurde ausführlich getestet. Heutzutage wird das kaum noch gespielt. Wir kommen natürlich später nochmal in einem Fazit dazu, warum und ja, wer sollte das spielen und wann sollte man das spielen. Und ob das alles überhaupt Kokolores ist oder ob man das wirklich spielen kann. Ähm, im Übrigen, Stadtspringer D7 hier, muss ich euch kurz den Zug Läufer schlicht F3 zeigen. Läufer schlicht F3, ähm, Dame schlicht F3, D schlicht E5. Hier bekommt Schwarz seinen Bauern wieder, hat aber einen riesigen Entwicklungsnachteil und hat seinen schönen Läufer abgegeben. Hier gibt es einen, ein Klassiker, ähm, Paul Morphy versus, ähm, Graf Isoard, Paris, 1858. Äh, da habe ich ein Video gemacht, das heißt Genie gegen Ehrenmänner. Damals hat der weltbeste Spieler Paul Morphy, ähm, gegen zwei Spieler, ähm, das hier gespielt. Tolle Partie auf diesem Kanal, bitte anschaut. So, irgendwann kamen die Leute dann ein paar Jahre später, äh, zwei, drei Jahrzehnte später auf die Idee, warum nicht den Bauern opfern und haben Springer D7 in die Praxis eingeführt. Kurzer Hinweis noch, ähm, ähm, ah ne, später kommt der Hinweis. Erstmal Springer D7, so, Grundstellung, Springer D7. Schwarz opfert einen Bauern oder bietet einen Bauern zum Opfer an. Ähm, weiß sollte dieses, äh, Bauernopfer annehmen mit E schlicht D6. Darauf konzentriere ich mich jetzt hier im Video. Schwarz nimmt natürlich wieder mit dem Läufer. So, die Grundidee dieses Gambits ist, aus schwarzer Sicht, wir entwickeln die Dame nach E7, bruchieren dann lang, Springer GF6 und dann die Türme in die Mitte und machen Druck auf den zentralen Linien und haben Entwicklungsvorsprung. Das ist so die Grundidee und im Prinzip die Kurzversion jetzt für dieses Gambit. Ich, wenn ich das im Blitzen, ich nehme schon vorweg, im Turnierschach würde ich das niemals spielen mit Schwarz. Im Blitzen, wenn ich das im Blitzen spielen würde, würde mir das reichen. So, als erste Grundidee und ich müsste keine Varianten auswendig lernen, was ja immer das große Problem ist bei Eröffnungstheorie. Ähm, und dann würde ich das einfach so ein bisschen zocken, so, ne? Nach Gefühl. Der beste Zug für Weiß, hier ist Läufer E2. Entwickelt eine Figur, ganz einfach, und entfesselt hier diesen Springer, der vorgefesselt war. Läufer E2, bester Zug. Ich habe mir jetzt mal auf Leaches in der Datenbank angeschaut, was hier die Schwarzen spielen. Am häufigsten wird gespielt Dame E7, mit der Idee, lang zurück hier, ne? Sehr, sehr aggressiv. Ich werde euch jetzt erstmal aus schwarzer Sicht zeigen, was wünschenswert ist, ja? Worauf ihr hoffen könnt, wenn ihr diese Variante mit Schwarz spielt. Wenn Weiß sich jetzt nochmal weiterentwickelt mit Springer C3, was ja total natürlich aussieht, das ist auch der häufigste Zug. Dann rochieren wir hier lang. Weiß wird jetzt in der Regel kurz rochieren. Das geschieht tatsächlich am häufigsten auf Leaches. Schwarz entwickelt den Springer, attackiert hier den Bauern. Und hier spielt Weiß super häufig, ähm, Läufer G5. Das kam sehr, sehr häufig vor auf Leaches. Aber Läufer G5, so natürlich der Zug aussieht, ist ein Fehler. Ihr könnt ja mal jetzt hier das Video passieren und nachdenken, ähm, anstatt immer nur auswendig zu lernen. Warum ist das ein Fehler? Wie, wie kann Schwarz hier weiterspielen? Ich zeig's euch. Der starke Zug hier ist das überraschende Läufer schlicht F3. Und sehr, sehr häufig, weil natürlich die Leaches-Datenbank viele Blitzpartien und Bullet-Partien enthält, spielte Weiß hier Läufer schlicht F3. Und dann kommt plötzlich Dame E5 mit Doppelangriff. Es droht Matt auf A2 und der Läufer auf G5 ist angegriffen. Schwarz gewinnt hier den Läufer. Ja, und so verliefen sehr, sehr viele Partien auf Leaches. Und das ist eine Gewinnstellung für Schwarz. Außen nichts. Gehen wir mal zurück. Nach Läufer schlicht F3 übrigens ist viel besser G schlicht F3. Aber häufig ahnen die weißen Spieler in dem Moment nichts. Und den Blitzen wird ja häufig gar nicht gerechnet, sondern es wird viel nach Gefühl gespielt. Und nach G schlicht F3 ist Dame E5 übrigens nicht mehr so gut, wegen F4. Das ist gut für Weiß hier. Hier müsste man eher sowas wie Springer F8 spielen und den Springer umgruppieren auf das Feld E4. Hier hat Schwarz schon sehr, sehr schönes Spiel für den Bauern, den er geopfert hat. Also hier würde ich auch lieber mit Schwarz spielen. Gehen wir mal kurz zurück zu dieser Stellung. Das ist hier eine Stellung, die wirklich sehr, sehr häufig vorkommt, weil das sind ja sehr natürliche Züge auf beiden Seiten. Besser aus weißer Sicht wäre sowas wie H3. Läufer schlicht F3, Läufer schlicht F3 und den Springer E5. Und ich denke hier, aus praktischen Gesichtspunkten hat Weiß, Schwarz hier gute Kompensation für den Bauer. Der nächste Turm kommt hier in die Mitte. Man hat hier schönes, aktives Spiel und aus weißer Sicht praktisch immer sehr schwierig, wenn der Gegner besser entwickelt ist und der Turm auf die Dame schaut. Unangenehm. So, das ist also, ja, das, was man aus schwarzer Sicht hier maximal erreichen kann. Das ist so die Idee des Albin Blackburn Gambits. Und ich möchte euch auch gar nicht groß eine Variante, vielleicht noch ein kleines Motiv in der Stellung hier. Springer C3, lange Ruhade. Wenn Weiß jetzt hier Ruhade spielt, Springer GF6, das hatten wir schon. Nee, 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 alles gut. Naja, es gibt viele Partien, in denen Weiß auch sowas spielt. Hier Läufer E3, das ist aber eher harmlos. Springer F6, Ruhade und dann opfert Weiß hier den Bauern zurück. Aber dann ist es total ausgeglichen, weil hier bekommt Schwarz den Bauern einfach wieder. Ich, wie gesagt, aus schwarzer Sicht möchte ich euch gar nicht so viele Varianten hier zeigen, weil das ist so die Hauptidee des Albin Blackburn Gambits. Und wenn ihr das spielen wollt mit Schwarz, würde ich sagen, nur im Blitzen, ja, im Blitzen gerne mal ausprobieren und dann so nach Gefühl immer diesen Aufbau wählen halt. Und dann gibt es halt diese eine Falle, wenn Weißlaufer G5 spielt und dann kann Schwarz das ausnutzen natürlich. So, ich war allerdings mehr interessiert, ehrlich gesagt, was die beste Spielweise aus weißer Sicht ist. Und deswegen drehe ich jetzt einmal das Brett. Also nicht verwundern, nicht verwundert sein. Ich drehe das Brett und wir gucken uns jetzt das weiße Sicht an. Übrigens, es ist eine wichtige Eigenschaft auch, sich eine Eröffnung aus beiden Seiten anzuschauen. Ja, damit man das Gefühl bekommt, wie eine Eröffnung von beiden Seiten gespielt wird. Und auch das, wenn man sich das jahrelang nur aus einer Sicht anschaut, dann ist das ein Riesenmanko. Das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung. So, E4, E5, Springer F3, D6, D4, Läufer G4 hier, D schlicht E5, Springer D7, so weit, so gut. E schlicht D6 hatten wir, Läufer schlicht D6, Läufer E2. Jetzt gucken wir uns noch mal von Dame E7 an. Das Problem von Dame E7, aber auch von dem gesamten, von der gesamten Gambit ist, dass Weisio über einen sehr, sehr starken Zug verfügt. Und ich muss zugeben, dass ich im Blitzen nicht drauf gekommen bin. Ich habe dieses, dieses Gambit wurde mir so zwei, dreimal vorgesetzt, vielleicht in Blitzpartien. Ach, vielleicht auch vier, fünfmal, ich weiß es nicht, auf Liches, nicht so häufig. Aber wenn man das so im Blitzen bekommt, dann entwickelt man sich normal weiter, so mit Springer C3, dann macht man Springer C3, kurze Hochhade. Und dann ist die Sache nicht so klar. Leider, aus schwarzer Sicht, gibt es hier einen extrem starken Zug für Weis. Gerne auch mal wieder das Video pausieren. Kommt hier drauf mit Weis. Was hat Weis hier für einen starken Zug im Petto? Der starke Zug lautet hier Springer D4. Und das ist im Prinzip eine Widerlegung der gesamten Variante mit Dame E7. Das Ding ist, auf Liches spielt das so gut wie keiner Springer D4. Warum nicht? Das ist psychologisch begründet. Ganz einfach, in der Eröffnung, goldene Regeln, möchte man nicht ständig die gleichen Figuren ziehen. Das ist natürlich so ein bisschen übergegangen in einen fortgeschrittenen Spieler. Und dann macht man halt mit jedem Zug eine neue Figur ins Spiel bringen. Springer D4 ist aber konkret hier extrem stark. Es greift den Läufer auf G4 an. Die Pointe ist einerseits Dame schlicht E4, läuft den F3 rein. Diese Bauerngabel gewinnt einfach eine Figur für Weis. Das geht nicht für Schwarz. Ja, was können wir hier machen mit Schwarz? Wir können nicht viel machen. Wir müssen im Prinzip den Läufer tauschen. Ich habe kurz H5 geprüft hier. H5 ist ein Motiv, das ihr euch merken solltet als Schwarzer. Das Ding ist aber, es funktioniert nicht gut mit dem Springer auf D4, weil der Springer deckt dieses Feld hier. Und wenn der Läufer zurückgeht, dann werde ich den Läufer irgendwann schlagen. Und dann werde ich mit Weis nicht nur einen Mehrbauern haben, sondern dann auch das Läuferpaar. Stattdessen Läufer schlicht E2, Dame schlicht E2. Und diese Stellung ist einfach leider überhaupt nicht gut für Schwarz. Ich entwickle hier meine Dame. Die Dame deckt hier den Bauern. Was kann ich hier machen als Schwarzer? Sagen wir mal Springer G schlicht, Springer Gf6. Ich greife den Bauern an. Funktioniert leider gar nicht. Wegen Springer F5. Gegenangriff. Dame E4, Dame E4, Springer E4. Und jetzt Springer schlicht G7. Schach. Weiß gewinnt hier einen Bauern letztendlich. Hat einen Bauern mehr. Und der Springer kann problemlos wieder zurück und den Läufer angreifen. Ich rohiere. Die Damen sind vom Brett. Weiß hat einen Bauern mehr. Und Schwarz hat auch noch eine schlechte Bauernstruktur. Macht keinen Sinn so mit Schwarz zu spielen. Eine weitere Variante der Computeranzeite ist hier Läufer E5, den Springer angreifen. Dann gehen wir mit Weiß einfach zurück. Es droht jetzt F4 mit Angriff auf den Läufer, gefolgt von E5. Ich habe hier G5 mal ausprobiert mit Schwarz, um F4 zu verhindern. Wir wollen ja sowieso lang ruhieren mit Schwarz. Hier kommt aber sehr stark Springer A3 mit der Idee Springer C4 oder Springer B5. Hier kann es weitergehen mit Springer GF6, Springer C4 mit Angriff auf den Läufer. Wir sollten nicht zu schnell auf G5 nehmen, weil es hängt der B2 auch. Deswegen zuerst Springer C4 mit Angriff auf den Läufer. Und Stock für Schlacht sich hier kaputt und sagt, Weiß hat einen Riesenvorteil. Wenn ich so drauf schaue, denke ich mir auch so, ich brauche keine weitere Analyse. Ich nehme so eine Stellung immer gerne mit Weiß. In 70, 80, 90 Prozent der Fällen werde ich hier den vollen Punkt einfahren mit Weiß, weil ich einfach einen Bauernmeer habe. Und hier hat Schwarz im Prinzip keine Kompensation. Gehen wir mal zurück zu dieser Stellung nach Dame E7. Dame E7, Springer D4 ist halt wirklich ein Knockout eigentlich, Argument, um nicht Dame E7 zu spielen. In älteren Publikationen, in denen Leute dieses Gambit analysiert haben mit Schwarz und die das so ein bisschen propagiert haben, dort wird Springer GF6 viel, viel häufiger gespielt. Springer GF6 ist ein bisschen besser als Dame E7. Aber wie gesagt, auf Leaches spielen die meisten hier Dame E7. Warum? Weil die meisten nicht Springer D4 spielen. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr lieber Dame E7 spielt oder Springer GF6. Ist euch überlassen, ist ein Risiko. Man kann natürlich blöffen. Gut, Springer GF6. Problem hier ist, auch hier ist Springer D4 ein Bombenzug. Weiß muss ich im Prinzip nur dieses Springer D4 merken. Greift wieder den Läufer an. Ja, was soll man machen mit Schwarz? Der Läufer ist angegriffen. Ich kann, ich muss den tauschen jetzt. H5 hier bringt überhaupt nichts wegen F3. Läufer E6 zurück, Springer C3 und irgendwann schlage ich hier den Läufer raus. Dann habe ich auch noch die Struktur geschwächt. Weiß hat ein Bauernmeer im Zentrum und steht einfach klar besser. Okay, gucken wir uns Läufer schlicht E2 an. Dame schlicht E2. Hier funktioniert Dame E7 jetzt überhaupt nicht. Wegen Springer F5 hier. Habe ich euch gerade schon gezeigt. Dame E4, Dame 4, Springer 4, Springer G7. Weiß hat ein Bauernmeer. So, stattdessen kurze Ruchade. Das ist so in alten Publikationen die Variante, die angegeben wird. Und angeblich hat Schwarz hier Kompensation. Dem ist leider aber gar nicht so. Weiß spielt einfach F3. Es droht hier Springer schlicht E4, gefolgt von Turm E8. Natürlich immer ein Problem, wenn man so unterentwickelt ist und die Dame und der König noch in der Mitte stehen. F3 hier. Turm E8. Und das Ding ist, Schwarz droht hier nichts. Nullkommanix. Ich kann einfach hochieren mit Weiß hier. Kurz Ruchade. Und ehrlich gesagt, das ist einfach hier klar besser für Weiß. Ich sehe hier nicht mal ansatzweise Kompensation für Schwarz. Es gibt auf Liches eine Partie, die ich gefunden habe. Von zwei starken Spielern. Mit Weiß, Castorcito. Das ist ein Großmeister aus Chile. Und mit Schwarz, ich denke mal, ist ein Amateur, Maxim Goroschkov. Der allerdings immer dieses Albin-Blackburn-Gambit spielt. Hier ging es weiter mit Springer H5. Ein guter Versuch. Dame F2. Ich lege jetzt hier nicht jeden Zug auf die Goldwaage, weil hier gibt es... Die Engine zeigt zum Beispiel alle möglichen Züge für Weiß haben und immer Vorteil. Und keine Kompensation für den Bauern. Springer H5. Dame F2. Dame F6. Läufer E3. Springer F4. Springer C3. Läufer E5. Turm AD1. Springer B6. Mit der Idee Springer C4. B3. Man muss sagen, hier hat Schwarz noch wirklich ein Maximum rausgeholt. Er stellt sich vernünftig auf, blockiert die schwarzen Felder. Aber egal, was jetzt Schwarz macht, im nächsten Zug kommt ein Springer nach E2. Dann wird der Springer auf F4 getauscht. Zum Beispiel nach C5. Springer DE2. Hier könnte Schwarz natürlich auf C3 nehmen, aber es hängt halt auch der Springer auf F4. Und wenn der Springer den Springer nimmt, dann nehme ich natürlich mit dem Springer. Und das sind alles so Varianten, wo ich als fortgeschrittener Spieler erkennen. Ich habe hier einfach einen Bauernmeer mit Weiß. Und das Dumme ist, es ist ein zentraler Bauer. Es ist nicht ein Randbauer. Es ist ein zentraler Bauer. Und Schwarz hat hier keine Kompensation für den Bauern. Und in dieser Stellung hier hat Weiß einfach Vorteil. Das war eine der Varianten. Also das war die eine Partie, die ich gefunden habe zu der Stellung. Also, aus weißer Sicht gehen wir mal zurück zu diesem Gambit hier, zur Anfangstellung. Springer D7, Schlagen auf D6, Läufer D6. Läufer E2, bester Zug. Und hier, sowohl nach Dame E7, mit der Idee langer Ruhade, als auch nach Springer Gf6, ist Springer D4 leider ein ziemlicher Knockout für das ganze Gambit-Spiel. Weil ich den starken Läufer tausche und mich danach eigentlich relativ problemlos weiterentwickeln kann. In der Praxis sieht es allerdings ganz anders aus. Das ist jetzt natürlich für die Weißen unter euch, die meine Videos schauen, meine Empfehlung gegen dieses Gambit zu spielen. Aus schwarzer Sicht würde ich hier Dame E7 mit der Idee langer Ruhade. Das werde ich auch in einem Stream mal ausprobieren, gegen meine Abonnenten, gegen Leute, die gegen mich spielen. Mal gucken, wie die darauf reagieren. Einfach Erfahrungswerte zu sammeln. Die wenigstens, so gut wie niemand wird hier Springer D4 spielen. Und die meisten werden Springer C3 spielen. Dann lange Ruhade, kurze Ruhade und dann wird man halt hier eine Stellung haben, in der Schwarz praktische Chancen hat halt für den Bauer. Definitiv. Also ich denke, um das mal als Fazit für dieses Gambit zusammenzuziehen, also ein Fazit zu ziehen, im Blitzen oder im Bullet absolut spielbar, dieses Gambit. Es ist letztendlich nur ein Bauer. Im Turnierschach würde ich das niemals spielen mit Schwarz, aber im Blitzen absolut. So, und jetzt nochmal zu meinem Angebot, Sonderaktion. Ich habe natürlich hier dieses Gambit, ich habe ziemlich viel analysiert und ich habe auch vieles aufgeschrieben in meiner Datei. Ich habe zum Beispiel auch hier nicht nur Springer D7 analysiert, sondern auch Springer C6, was übrigens auf Leaches häufiger noch gespielt wird als Springer D7. Ich kann euch aber verraten, Springer C6 ist nicht im Geiste des Gambits, weil früher oder später kann hier mit Läufer B5 der Springer gefesselt werden. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Ich habe hier auch in den anderen Varianten deutlich mehr noch analysiert und aufgeschrieben. Falls ihr euch für diese Datei interessiert, ich werde sie auf Patreon hochladen. Die Leute, die mich auf Patreon schon unterstützen, die werden das gratis bekommen. Diese Aktion ist jetzt für den Juni. Alle Patreons werden diese Datei sowieso, weil sie auf Patreon mich unterstützen, sowieso automatisch runterladen können. Alle anderen, die mich auf Patreon neu unterstützen möchten, weil sie interessiert sind, weil sie an dieser Datei interessiert sind, wie gesagt, die können mich auf Patreon für diesen Monat neu unterstützen. Geht einfach mal auf Patreon. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ist im Prinzip ein Äquivalent wie die Mitgliedschaft auf YouTube. 5 Euro ist das Minimum für eine Monatsmitgliedschaft. Kann natürlich direkt gekündigt werden auch. Ihr könnt in den Juni reingehen, diese Datei runterladen und alle Vorteile genießen, die sowieso alle Patreons genießen, wenn sie mich auf Patreon unterstützen. Das ist die Sonderaktion jetzt einmalig für den Juni. Ich dachte mir, das passt jetzt zu dieser Variante, weil ich habe jetzt so viel analysiert hier für mich auch und habe da so viel aufgeschrieben auch. Damit kann ich euch die Datei auch zugänglich machen. Falls ihr sagt, das ist nichts für mich, ihr könnt auch aus dem Video die Varianten rausschreiben, auf Leaches eine eigene Study machen. Könnt ihr auch machen. Alles klar, das war das Albin Blackburn Gambit. Definitiv ist das Schach. Das ist nicht so ein Quatsch-Gambit wie, keine Ahnung, Jerome Gambit oder so, wo man einfach sinnlos Figuren opfert. Nee, das ist ein vernünftiges Gambit, basierend auf positionellen Faktoren, Entwicklungsvorsprung. Objektiv hat Weiß Vorteil, wenn er das mit Springer D4 spielt, in den Hauptvarianten. So werde ich es spielen in Zukunft. Aber es ist nicht so leicht. In der Praxis, im Bullet, im Blitzen, werden die Leute in der Mehrheit nicht Springer D4 spielen. Also gerne mal ausprobieren auf Leaches. Viel Spaß dabei, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Gerne kommentieren. Kennt ihr das Gambit überhaupt? Habt ihr das schon mal gespielt mit Weiß oder Schwarz? Würde mich interessieren. Habe ich irgendetwas vergessen? In meinen Ausführungen gerne in den Kommentaren Bescheid geben. Bis bald.